Herr Staatssekretär, das Finanzgefüge der westlichen Welt ist in Bewegung geraten. Herr Staatssekretär, wir bedanken uns für dieses Gespräch und geben zurück zur Tagesschau. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Sie haben sich disqualifiziert. Das war die dritte Ausgabe der Tagesschau. Wir melden uns wieder gegen 23.45 Uhr mit den letzten Nachrichten. Guten Abend.